hallo jeder heute will ich euch zeigen wie man unicorne basketball spielball bringt der moritz kann mit der schon stimmt's mumi ja alle tiefer sammelt hier wie in der arche nur jetzt müssen wir erst mal das bezeichnen wir es mal moritz wie funktioniert moritz bringen wir den moritz ist fast 17 jahre der wird jetzt mal zeigen wie das funktioniert wenn alte jungs das machen warum sieht denn der moritz so zerschrabbelt aus weil der paul gerade seine arschlochphase hat was bedeutet arschlochphase paul ist gerade in der pubertät hallo herr rasenmäher und alexander ich grüße euch mach doch den herr rasenmäher mal dreh dich mit jucu herr rasenmäher weiß dann warum herr rasenmäher ich zeig dir wie funktioniert sie kann aber auch so dreh dich so dreh dich komm lass mal richtig dreh dich machen sie ist jetzt gerade beschäftigt auch sein spielmärz hier gerade hier ja super momo prima fein leonardo kannte mich auch leonardo musste lernen erst mal den ball hoch zu geben wir müssen aber erst mal das unicone halt den ball in den ball bei der katze war noch schwierig dass du den ball hoch nimmt ne komm wir machen das kann man im ball ja seht ihr dass der kontrolliert den ball hochhebt und dafür kriegt der leo gleich ein läckerli hallo klar warum nennst nicht alexander noch irgendwas klarer sieht er das du kleiner leckerli dieb du mein name ist feil klarer feil und los momo hol den ball und momo mit einer arschgeschwindigkeit er rennt zu dem ball und zeigt euch noch mal wie das funktioniert mit dem basketball leute die nicht von tiktok kommen wissen nicht warum er so langsam ist super momo ist nämlich fast 17 jahre alt und deshalb ist er nicht mehr der flinkeste hier kriegst du den leckerli fein und jetzt wollen wir das mit unicone aufbauen aber erst mal zeigen wir dass leonardo kann es aber auch nur weil wir schummeln habt ihr gerade gesehen er hat nicht mal gezuckt der leo ich hab da mehr gezuckt weil ich dachte das fällt auf seine füße leo nein leo nimm ach der ball ist ihm zu nass leo hier guck nimm den ball komm mama sitz du sau nimm den ball komm nimm 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 den ball guck hier wo ist der ball und mach rein ach momo fast machen wir so los leo komm ja fein und der dicke hundi saß davor und nochmal leo wenn er auf man sieht dass du im angebot geschockt hast nur ein euro bei fressen ab leute sonst kosten die dinge an mich viel viel mehr es gibt aber auch zu royal und ja aber da haus und man kann auch im kaufland haben wir noch ein paar marken damit eine werbung machen das ist nicht bezahlt die saturn ist klar und jetzt ist unicone momo achtung dein popo ist im weg mein lieblings schwein wie viele schritte haben wir denn bei diesem trick was braucht man dafür alles wir brauchen erstmal bälle unicone weil unicone muss erstmal lernen den ball mir zu bringen die apportiert gerne aber nicht zu mir hin und die wird jetzt belohnt wenn sie mir den ball bringt jetzt zeigen wir erstmal wie es nicht funktioniert jawohl fein also apportieren funktioniert aber sie gibt nicht ab genau apportieren funktioniert aber kröti denkt sich ich schmeißen einfach runter oder gründer mit weg wie alle kleinen hunde und dann bedeutet das ja sie weiß was du machen willst und wird es nicht zulassen aber sie will in einen kopf durchsetzen sie ist halt ein echter chihuahua das heißt sie könnte es richtig hinbringen sie will noch nicht genau sie will es sie will in einem kopf sobald du sich weg drehst kommt sie ja deutlich mehr ran schnell kommt ja super ausgelistet jetzt muss er außeträgst wollte ich sagen die mark hat nämlich nicht wenn man die sachen aus dem mund nimmt ja super prima jetzt überlistet zieht ihr einfach aus dem maul und tue ihr gleich ein lecker lehren komm zu zu guck hier guck hier komm hier nein schnell wegnehmen ja erstmal kauen hast du recht kauen und dann weiter los zu zu bringen wie lange dauert so was ist das richtig funktioniert das ist unterschiedlich also jeder lernt anders moritz hat schneller gelernt unikon braucht halt ein bisschen länger aber die hat auch einen größeren dick kopf macht nix jeder kriegt seine zeit komm schnell komm schnell komm schnell guck hier super guck mal hier und wir waren wieder schneller naja fein die muss lernen dass man tauscht und wenn man tauscht gibt es einen keps schreibt ihr was ich sehe nichts ich sehe nur acht daumen hoch finde ich gut ich hätte mir zehn daumen hochheben aber ist eure entscheidung komm schnell komm 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 warte mal guck mal was da steht kannst du mich grüßen hallo peter hallo sophie du folgst mir auf tik tok und jetzt die schrift weg die schrift ist weg was ist denn da los und jawoll fein mummi du kriegst auch ein balli zum spielen guck mal du hast auch ein jeder kriegt hier bin ich bin deswegen kann man mich extra mehr also wird es nur lecker nein tauschen ja und noch mal und tauschen macht man das macht man so lange bis er kapiert scarlett ich grüße dich du hast alle meine tik tok geliked finde ich aber mal so hat von knorke von dir und die jannika die folgt mir auch finde ich auch super jung guck mal da hat diese schon mal ein ball gebunkert die eule vielleicht eine halbe stunde oder näher die meisten sagen 10 15 minuten aber ich habe einen hund der sehr aktiv ist und das krass ist wir waren ja vor zwei stunden zwei stunden gassi und ihr seht ja der hund ist überhaupt nicht tot zu kriegen man muss man muss auf dem tempo des hundes abstimmen und die kappen und der sehr lebendig ist der schafft ein bisschen länger und vor allem hat einen sehr sehr hungrigen hund das ist super tauschen tauschen fein ich habe das lieb und nochmal hol ich her zu zu jetzt mal ein kleck na komm komm her zu zu ja fein tauschen ja fein jetzt magie jetzt muss er ab durch das durch das ding sprüngern ja du bist du fein in die hand wie gut dass wir an 2 super oh oh super scarlett kennt mich schon seitdem ich mit tik tok angefangen habe und du siehst wir haben uns verbessert wir werden immer besser 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 komm komm schnell her aus super und nochmal komm schnell wir haben noch ganz viele keks in der tasche tauschen nicht genug war scarlett auch schon mal beim livestream bei tik tok das kann ich dir nicht sagen aber bestimmt komm her knurz pups ja fein eben tat sich losgelassen ohne sich was sagen musste jetzt haben wir ich hatte gerade einen knoten in der zunge und eine schweine eine schweine nase am knie in die hand super also ich sehe du ziehst das jetzt nicht mehr aus dem maul du hältst die hand jetzt eher drunter genau was ich jetzt gelernt aber spucker kriege ich einen leckerling dein hund heißt lenny halt gelesen dann war wieder die schrift weg in die hand ja prima ich muss nicht mehr raus zirbeln der spuckt das schon selber aus das ist schon mal ein super schritt den sie jetzt gemacht hat in die hand super gar nicht ja klar kenne ich dich noch von tik tok ja natürlich jeden einzelnen sind ja nur 169.000 aber man sieht ich weiß nicht wie lange wir jetzt schon machen jetzt hat sie lange und keinen bock mehr aus in die hand super ich würde sagen wir hören jetzt auf es sind eh 11 minuten 30 juju hat fertig gemacht deswegen kriegt die juju nämlich für die 11 minuten 30 ich meine die beiden zwischendung jetzt darf sie mal müde sein kriegt sie einen jackpot weil sie es jetzt wirklich toll gemacht das ist jetzt so trockenfleisch das darf sie essen im käfig nächstes mal sind wir mit Monty Dross im käfig Freunde wir sehen uns auf tik tok oder auf insta auf insta übrigens haben wir wieder ganz neue videos gemacht die sind auf tik tok nämlich nicht haut rein bis dann tschüss 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 tschüss